Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA-Bramter-Magazin. Heute mit drei wunderbaren Geschichten. Erstens, in Helsinki treffen Ma und Diva aufeinander und haben zusammen ordentlich Spaß. Zweitens, Entertainment-Manager Mario ist in Riga unterwegs. Und drittens, die Crew-Band auf AIDA-Kara. Die hat was ganz Wunderbares gezaubert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. AIDA-Diva und AIDA-Ma waren zusammen im Hafen von Helsinki. Und wie sich das für Geschwister gehört, haben sie erst zusammen schön getanzt und danach sind sie zusammen losgefahren und konnten kaum voneinander lassen. Gucken Sie mal. Jetzt geht es gleich los. Wir haben uns heute was ganz Besonderes für Sie ausgedacht. Unser Housekeeping ist bereit, jetzt hier zu tanzen. Jetzt geht es los. AIDA! AIDA-Diva und AIDA-Diva AIDA-Diva und AIDA-Diva 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 und AIDA-Diva Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Hintergrund von mir das berühmte Schwarzhäupterhaus und wir schauen jetzt ein wenig näher hin Und jetzt gibt es einen super Spezial-Geheimtipp Wenn ihr mal in Riga seid, schaut ins Randoms Das sind wirklich die coolsten Klamotten zum Kaufen Schauen wir rein Und jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl Was ziehe ich an? Und damit es einen kleinen Überblick gibt Verschwinde ich jetzt in der Kabine Ich bin dein Vater Ja, super tolle Mode hier in Riga Der Einkauf erledigt Und jetzt schauen wir, was uns die Stadt noch bietet Riga, vielen lieben Dank, dass ich dich besuchen durfte Und für mich geht das jetzt wieder zurück aufs Schiff Viele meiner Kollegen besonders an Bord haben verborgene Talente Auf der Cara hat sich neulich eine Band zusammengetan Cara Avenue heißen die Und die haben richtig Spaß gehabt Und den Gästen hat es auch gefallen Gucken Sie mal Unsere Crewband Cara Avenue Jetzt spielen sie Viel Spaß Also ich fand erstmal super die Leistung von den Jungs hier Dass die neben ihrer Arbeit hier nochmal so ne Leistung abziehen Und für uns war es natürlich ein Erlebnis Es war ein wunderschöner Abend Eine super Stimmung hier Und die Jungs singen wirklich spitze Und jetzt kommen sie die karibische Verlockung der Woche Und nicht vergessen Wenn Sie Fragen haben oder Sie informieren wollen Gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de Wir reisen zunächst von Montego Bay nach Samana St. Martin und St. Kitz Es geht weiter nach La Romana und Orchorios Unsere Route führt uns nun zu den Maya Pyramiden Nach Cozumel und Belize Wir machen noch Halt in Grand Cayman Und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise Montego Bay Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche Ich wünsche Ihnen einen tollen Sonntag I knew all the things you'd say They were never true, never true And the games you'd play You would always win, always win But I set fire to the rain Watched it pour as I touched your face Well it burned while I cried Cause I heard it screaming out your name Your name I set fire to the rain And I threw us into the flames And I threw us into the flames When it fell something died Cause I knew that that was the last time The last time Sometimes I'll wake up by the door That heart you caught must be waiting for you Even now when we're already over I can't help myself from looking for you I set fire to the rain Watched it pour as I touched your face Well it burned while I cried Cause I knew that that was the last time The last time I set fire to the rain And I threw us into the flames Well it burned while I cried Cause I heard it screaming out your name Your name I set fire to the rain And I threw us into the rain I ate fire to the rain It poured as I made it Scream And I thought it was goingob